Hey Leute, Champ is in der Hood. Eine kurze, wichtige Info. Und zwar ist bei mir zur Zeit der YouTube-Bug unterwegs und ich kann keine Videos mal hochladen, die länger als 15 Minuten sind. Ja, das Doofe daran ist, dass meine Minecraft-Parts, die ich jetzt schon ziemlich weit voraus aufgenommen habe und ja auch schon gerendert habe und alles soweit bearbeitet habe, dass ich sie direkt hochladen kann, alle, oder so gut wie alle, länger als 15 Minuten sind. Das heißt, ich müsste zur Zeit circa, ich glaube, 10 Parts irgendwie wieder zurückschneiden, umschneiden und alles mögliche neu rendern, was wieder eine Arbeit von mindestens ein, zwei Tagen ist und das ist halt verdammt ärgerlich. Genauso sieht es aus bei Donkey Kong. Die Teile habe ich auch schon fertig, die letzten beiden. Also ich verrate mal, so viele, es kommen noch zwei. Und ja, ich habe da jetzt ein kleines Problemchen. Denn deswegen kommt zur Zeit erst mal nur Blogscape und ich muss mal gucken, ob ich irgendein neues Projekt da noch zwischen haue. Irgendwas Kurzes, wo ich halt 15 Minuten Parts machen kann. Ansonsten möchte ich euch nur noch mal vielen Dank sagen. Es macht echt super Spaß zur Zeit mit euch. Diese ganzen Kommentare und die Daumen auf die Videos und all sowas, so viel Lob. Also das finde ich echt mega toll und ich bin zur Zeit so motiviert. Und ich möchte euch am liebsten so viele Videos raushauen. Aber dann kommt ihr mit dem Gucken gar nicht mehr hinterher und ich mit dem Aufnehmen nicht mehr. Deswegen, ja, einfach weiter so. Ich bin absolut begeistert. Also, ciao, ciao, euer Champ.